Moin Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht mit dem 14. Video der Playlist Potenzgesetze. Im letzten Video haben wir uns die wissenschaftliche Schreibweise angeguckt ohne Kommazahlen und jetzt das Ganze mit Kommazahlen. Das verändert so ein bisschen was, wir müssen das Komma verschieben, aber nach dem Video werdet ihr es auf jeden Fall verstehen. Wir schauen uns hier das erste Beispiel gleich mal, die linke Box an, nämlich 2,3 mal 10 hoch 3. Das sieht für einige vielleicht schon schlimm aus, aber wir fangen ganz einfach an, nämlich wir schreiben einfach erstmal 2,3 nicht mal 10 hoch 3, sondern mal 10 hoch 1. Mal 10 hoch 1 ist ja nichts anderes als mal 10. Wenn wir 2,3 mal 10 rechnen, wissen wir, das ist 23, da verschieben wir ja schon automatisch das Komma im Kopf eine Stelle nach rechts. Und da kann man ja auch 23,0 schreiben. Das passiert bei mal 10 hoch 1. Wenn wir jetzt da stehen hätten, mal 10 hoch 2, würde das Komma um 2 Stellen verschoben werden, das heißt noch eine weiter nach rechts. Das heißt, 2,3 mal 10 hoch 2 wäre ja dann 230. Und das Komma 0 kann man immer einfach noch mit dazu schreiben. Und jetzt wird es wahrscheinlich klar werden, wenn wir jetzt mal 10 hoch 3 haben, verschieben wir das Komma um noch eine Stelle weiter nach rechts. Das heißt, 10 hoch 3 heißt, das Komma um 3 Stellen verschieben. Und auch hier könnten wir nochmal das Komma 0 mit reinschreiben. Und jetzt können wir hier noch so eine kleine Regel daraus sehen. Der Exponent, also dieses hoch 3, das sagt nichts anderes. Also das beantwortet die Frage, wie oft wird das Komma nach rechts verschoben? Das ist ganz wichtig, wie oft wird das nach rechts verschoben? Denn wenn es nach rechts verschoben wird, immer weiter nach rechts, wird eine größere Zahl draus. Und jetzt gucken wir uns noch einmal dieses Beispiel an. Wir hatten ja das Komma bei der 2, also zwischen der 2 und der 3. Bei 10 hoch 1 wurde es um eine Stelle verschoben, bei 10 hoch 2 um 2 Stellen und bei 10 hoch 3 um 3 Stellen. Das heißt, 2,3 mal 10 hoch 3 ist nichts anderes als 2300. Und das ist das Ganze, wenn wir einen positiven Exponenten haben. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie es aussieht, wenn wir einen negativen Exponenten haben. Dafür nehmen wir genau das gleiche Beispiel und schreiben 2,3 mal 10 hoch minus 3 auf. Ihr seht, hier oben steht jetzt ein Minus im Exponenten. Und dieses minus 3 beantwortet mir folgende Frage, wie oft wird das Komma nach links verschoben? Also jetzt in die andere Richtung, einmal nach links bitte. Und da werdet ihr vielleicht schon sehen, wird die Zahl auf jeden Fall kleiner. Wenn Minus im Exponenten steht, wird die Zahl kleiner. Wenn Plus steht, wird die Zahl auf jeden Fall bei der wissenschaftlichen Schreibweise größer. Gucken wir uns das gleiche mal an. 2,3 schreiben wir einmal ab. Fangen wir mal ganz einfach wieder an, wenn hier eine 10 hoch minus 1 steht. 10 hoch minus 1 wird das Komma um eine Stelle nach links verschoben. Und da schreiben wir eine 0 Komma davor. Also wird jetzt aus der 2,3 eine 0,23. Jetzt steht dann ein Minus 2 da, wie ihr seht. Es geht immer ein hoch, also die Zahl wird immer ein kleiner. Und dann wird das Komma wieder um eine Stelle verschoben. 0 Komma. Und das gleiche können wir nochmal machen. Jetzt steht die Minus 3 da, die Zahl, die wir ursprünglich hatten. Und das Komma wird wieder eine Stelle verschoben. Und dann schreiben wir die 0 Komma davor. Und auch hier sehen wir, das Komma war zwischen der 2 und der 3. Hier wurde es einmal auf eine Stelle verschoben. Dann noch eine Stelle und noch eine Stelle. Das heißt, die Zahl hier oben zeigt mir an, wie oft das Komma nach links verschoben wird. Genauso wie wir es hier einmal gezeigt haben. Die wissenschaftliche Schreibweise benutzt man, um große oder kleine Zahlen schön kompakt darzustellen. Jetzt solltet ihr eigentlich alles drauf haben, wie man das macht, mit diesem Komma verschieben. Und deswegen gibt es im nächsten Video Aufgaben. Aufgaben, die kommen gerne in der Arbeit dran. Ihr seht hier die wissenschaftliche Schreibweise und die Dezimalschreibweise. Das ist einfach die normale Komma-Schreibweise. Dass man die ineinander umformen kann. Und das zeigen wir euch im nächsten Video. Da gibt es Aufgaben zu. Also bis gleich. Ciao. Ciao.